Die 19-jährige Elisa kämpft um ihr Leben. Sie leidet an lymphatischer Leukämie, also Blutkrebs. Wo andere den Lebensmut vielleicht längst verloren hätten, kämpft sie mit ihren ganz eigenen Waffen. Unter anderem mit ihrer großen Liebe, nämlich ihrem Freund, mit ihrem ganz tollen Lachen und mit einem sehr kreativen Block. Und das, obwohl sie immer wieder sehr, sehr schwere Rückschläge hinnehmen musste. Ganz im Ernst, Krebs, du bist so ein Arschloch. Doch, verpiss dich doch. Warum ich? Geh zu irgendjemandem, der sein Leben sowieso nicht mehr haben will. Ich will leben. Warum greifst du mich an? Eine herzergreifende Geschichte einer jungen Kämpferin. Elisa ist gerade 18 geworden, steht kurz vor ihrem Abitur. Doch dann verändert der 5. Oktober 2016 ihr Leben komplett, von einem auf den anderen Tag. Seit Monaten fühlt sich die Schülerin aus Nordhorn schlapp, ist immer wieder erkältet, bekommt Schwerluft, muss Antibiotika nehmen. Elisa rennt von einem Doktor zum nächsten, aber niemand kann ihr helfen. Bis sie eines Tages zu einem HNO-Arzt kommt, der sie sofort als Notfall ins Krankenhaus überweist. Auf dem Überweisungsschein ein Schock. Als wir dann auf dem Weg nach Münster waren, habe ich Symphomen gegoogelt und da stand da, dass es eine Krebserkrankung ist, die aber gut oder bösartig sein kann. Aber ja, also es standen zum Glück noch andere mögliche Diagnosen mit auf dem Schein. Aber wenn da schon mal der Krebsverdacht quasi besteht, denkt man sich schon so, okay, was ist los? Es scheint wohl sehr, sehr ernst zu sein. Nach etlichen Untersuchungen im Krankenhaus dann die endgültige Gewissheit. Elisa hat Krebs. Blutkrebs. Außerdem sind einige ihrer Lymphknoten von Tumoren befallen. Elisa muss sofort operiert werden, liegt eine Woche lang im Koma. Dann folgen mehrere Chemotherapien über Monate. Und dennoch ist sie immer positiv. In dieser Zeit weicht Elisas Freund Jale nicht von ihrer Seite. Und das, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt erst seit sechs Monaten ein Paar sind. Die beiden gehen aufs selbe Gymnasium, sehen sich täglich. Die Diagnose ein Schicksalsschlag, der sie aber noch enger zusammenschweißt. Klar ist das ein totaler Schock. Das muss man einfach so sagen. Aber für mich war das klar, dass sich da jetzt nicht viel dran ändert. Also ich habe sie halt vorher geliebt. Und dann gibt es da keine andere Möglichkeit, als zu sagen, wir müssen das durchstehen, wir müssen kämpfen. Die erste richtige Partnerschaft für Elisa. Sie sagt, ohne ihren Freund hätte sie es niemals geschafft, so kämpferisch mit der Krankheit umzugehen. Jale ist für mich eine Riesenstütze. Und auch am Anfang war es nicht immer einfach. Also am Anfang hatte ich Angst, dass er mich verlassen wird. Gerade weil wir noch so jung sind. Weil wir noch nicht so mega lange zusammen waren, als die Krebserkrankung halt ans Licht kam quasi. Oder die Diagnose kam. Ja, aber ich bin froh, dass er bei mir geblieben ist und nicht aufgegeben hat. Die Schülerin geht offensiv mit ihrer Krankheit um. Sie will sich nicht verstecken. Im Gegenteil, sie will die Welt an ihrem Kampf gegen den Krebs teilhaben lassen. Deshalb fängt Elisa an, einen Blog zu schreiben und postet Fotos mit Texten auf Instagram. Elisas positiver Umgang mit der Krankheit kommt gut an. Inzwischen hat die 19-Jährige schon über 67.000 Follower. Für ihren Blog hat sie einen ganz speziellen Namen. Ich habe ihn ich und Voldemort genannt. Weil, ja, Voldemort ist ja von Harry Potter bekannt. Ist dort das Böse. Auch glatzköpfig. Also ein bisschen makaber aber, ja. Und ist am Ende aber gestorben und wurde besiegt. Und kann nie wieder kommen und entstehen. Und ja, habe dann gedacht, Warum nenne ich meine Webseite nicht auch? Oder meinen Blog nicht auch? Ich und Voldemort. Was für andere Paare selbstverständlich ist, ist für Elisa und Jale großer Luxus. Denn Zeit miteinander verbringen, im Bett liegen und Serien schauen, das war lange nicht möglich. Mehr als anderthalb Jahre hat die Krankheit alles beherrscht. Schmerzen und heftige Nebenwirkungen der Chemotherapie. Dass ich überhaupt wieder so medial hier im Bett liegen kann, ohne Schmerzen zu haben, ohne darüber nachzudenken, dass ich mich vielleicht gleich übergeben muss, ohne zu wissen, ich muss morgen wieder ins Krankenhaus und so weiter. Das ist, das kann man nicht beschreiben. Das ist, also einerseits ist es schon ja ganz normal so, dass man nicht mehr so leidet unter Nebenwirkungen von der Chemo und Sonstiges. Aber andererseits denkt man sich auch, wie toll das einfach ist und wie mehr man das wertschätzt, dass man jetzt so normal hier liegen kann. Dann eine entscheidende Wendung. Elisas letzte Chemotherapie war erfolgreich. Momentan sind alle Krebszellen besiegt, alle Befunde negativ. Ob das so bleibt, weiß ich noch nicht. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, man kann das nicht in Worte beschreiben, wie glücklich man dann tatsächlich ist. Aber was eigentlich einen noch glücklicher macht, ist so, dass man es halt wirklich geschafft hat. Also, dass man egal, wie hart der Weg war und wie oft man aufgeben wollte, man es irgendwie doch durchgezogen hat und ja, dass das Leben jetzt anscheinend ganz normal weitergehen soll. Die Krankheit hat bei mir nichts zu suchen und wenn sie kommt, dann weiß sie, dass sie keine Chance hat. Deswegen ist es auch unnötig für die Krankheit, sich bei mir wieder einzuschleifen. Elisas großes Ziel für dieses Jahr hat sie sich als Erinnerung neben ihren Spiegel gehängt. Das Abitur schaffen. Das Kleid für den Abiball hat sie schon. Denn für die 19-Jährige ist klar, sie will leben.